So, jetzt müssen wir auch mal gucken Wo war das da? Jetzt in ihrem Tag Ach so, die schöne Bombe Die Bombe, wo muss man bitte Bombe nochmal Wo war das denn? Wo war das denn? Hier oben war das, ne? Da oben war es Ich glaube, da oben war es Da war es, glaube ich, die Treppe hoch Ich habe manchmal wie Ein Instinkt manchmal Glaub dir nicht Ja, hier muss ich Bitte Oh, hier kommt es Und es hat Bomben gemacht Und der her Willen, willen, hat er keinen Bock? Willen herkicken, bitte So Wenigstens Ruhe im Karton So, jetzt müssen wir auch mal gucken Gesicht, Bogenschlange Da hinten Alter So, glaube ich, ein Boom Was hier, ne? Das war undeutlich zu erkennen So, jetzt haben wir das auch Naja, natürlich stehst du wieder auf Richtig Alter Oh, 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 oh Mann, nimm doch mal die andere Nimm doch mal die Schrot Mann Warum nimmt er die Schrot nicht? Alter Irgendwas raus Was ist denn da los? Aber ich jetzt Das gibt jetzt Rache, Freunde Alter, bleib doch mal kräbisch Kommen die da alle her? Mann Alter Alter Hm Gibt es nicht Arschloch Alter So So Kann der andere jetzt auch noch haben bleiben, oder? Gut Der ist Der ist Tod Naja, du kriegst gleich deine Wundermedizin Und dann ist es doch wieder gut Muss ich erstmal gucken Leon kann schon nicht mehr Leon, komm, wir schaffen das Gemeinsam Muss ich jetzt mal gucken Ähm Ähm Weil hier Fiegt das auch mal seine Wunderpille reingeschmissen Und dann Kann er wieder Dackeln wie so ein Marathonläufer Okay So Dann nimm mal sehr salber nochmal Eins mit Der gehen Und dann Und dann schmeißen wir jetzt mal die Sachen rein hier Marvin, komm, wir gehen jetzt los Mach dir bereit, Marvin Marvin Mensch Marvin Marvin Kommst du? Er lebt noch Da, kein Bock Na ja Marvin Halt die Stellung Wir kommen gleich wieder Komm gleich wieder Da geht es nach unten Das ist er Unser Weg raus Lieutenant Brenner Marvin Zeit zu gehen Hey, Marvin Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen Sofort Nein, nein Ich Rette dich selbst Kommen Sie, ich hab's Hey Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen Wenn Sie mir nur Es ist zu spät Hab's versucht, Leon Aber ich konnte es nicht stoppen Das darf sich nicht ausbreiten Jetzt liegt's an dir Jetzt geh Verstanden Ich werde tun, was ich kann, Marvin Oh, oh Oh, oh Das ist kein gutes Ende für ihn Haben wir so eine Kurbel nicht gehabt? Kombinieren 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 Oh, warte mal Warte mal Warte mal Warte doch mal Ja Oh nee Lass dich mal drinnen Ja Lass dich mal drinnen Okay Safety first Weiter geht's Boah, geil Ich liebe Fahrstühle Aber nicht in Horror spielen Hier geht's Runter Anscheinend Boah, wo geht's denn da lang? Was? Was war das jetzt bitte? Ähm Ähm Komm Geht doch Alter Alter Was ist so? Oh mein Gott Alter, was ist mit denen? Geht doch Oh Ah 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 Scheiße Is Hilf mir! Es tut weh! Hilf mir! Keine andere Wahl! Ich muss ihn ausschalten! Sorry! Ach Gott! Da kommt Andy dackelt! Alter! Alter! Keine Ahnung, dass das ein Bosskampf ist hier! Alter! Alter! Keine Ahnung, dass das ein Bosskampf ist hier! Jemand beobachtet mich! Jemand beobachtet mich! Schöner konnte! Alter! Was war das? Alter! Ich muss jetzt einfach mal ein paar Balldreherrn reinschmeißen, Freunde! Oh ne! Lass mal umschauen! Ganz wichtig hier! Man beobachtet mich! Sehr schön! Kombinieren! Uh! Oh! Oh! Handgranate! Das können wir mit dem kombinieren! Zack! Müsste immer noch was liegen! Alter! Ich hab mir fast in die Hosen die Schüsse! Jetzt... Oh! Jetzt ist... Baba hat's sich geändert! Wir haben alles eingesackt! Weiter geht's! Muss jetzt... Die, 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 die... Alter, Alter! Alter, ey! Da kannst du den machen, ey! Ging überall Kräuter rum! Überall! Oh! Position! Geil! War ich denn noch was? Jetzt noch! So! Hier geht's ja eh nicht mehr weiter! Hey! Warte, ich bin noch so... Pfff! Komm, nenn mir einen Stuhl! Da spielen wir hier mal ein bisschen Wrestling! Ich hab' das Gefühl irgendwie, dass der noch nicht so richtig tot ist! Speicherraum! Speicherraum! Ist geil! Ja, Speicherraum! Oh geil! Oh! Oh geil! Das finde ich natürlich schön! Da geht's weiter! Da geht's weiter! Okay! Können wir jetzt so, können wir ja... Äh, warum können wir hier ein bisschen was kombinieren? Ich staun! So! Dann haben wir eigentlich schön viel! Ne, halt! Halt! Mach mal hier auf! Staun! Nehmen wir mal sich jetzt aber mit! Was? Ich hab' das nochmal gebrauchen können! Den Bruch erstmal rein! Oh! Oh! Ja, aber voll! Erstmal! Fett speichern! Safety first, Freunde! woher drauf ist! Ja, da geht's nicht so! Da geht's doch weiter! Ja, da geht'seyken! Ich hab' das viele Münze für heute! Pfff, ich hab' das Geld! Ähm, Hunde Warum jetzt Hunde Keine Hunde bitte Jetzt bitte keine Hunde Keine Hunde, keine Hunde Keine Hunde, jetzt in diesen Hausspielen Keine Hunde Halt, ach Mist Nicht ohne Karte Ey Das glaube ich einfach nicht Runter von mir Hey Wer ist da? Aufgepasst Weg damit FBI Entschuldigung Danke Für die Hilfe Überrascht mich, dass Sie noch leben FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere Die Information ist streng geheim Wo gehen Sie hin? Tun Sie sich einen Gefallen Stellen Sie keine Fragen Und verschwinden Sie von hier Hey Ich hab noch nicht ausgeredet Jetzt wird's lustig Scheiße Scheiße Möchte Ich möchte Ich möchte jetzt Also ich weiß nicht Also eigentlich möchte ich wieder Kann ich Speichern Ich muss speichern Alter, Freunde Ich muss speichern Ich muss speichern Genial Ich muss speichern Alter Jetzt haben wir es auch noch mit Hunde zu tun Oh Gott Ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause, Freunde Wir sehen uns Gleich wieder Glaub ich Ich hoffe jetzt erstmal Ein paar Baldrianen reinschmeißen Hoffe ich Tschüss